Wie mein Tag so war, ich zeig's dir. Erstmal hab ich Mama geweckt, mit einem zärtlichen Pfotenklatter. Na, bist du endlich wach? Danach musste ich erstmal was trinken, das war so anstehend. Und Frühstück durfte natürlich auch nicht fehlen. Allerdings hab ich mir zum Frühstück was anderes vorgestellt. Ein Steak zum Beispiel, auf einem Teller serviert. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Dann geht's auch schon raus, wo ich meine Nachbarn mit meinem Charme eindrucke. Als wir wieder drin waren, musste McFarney erstmal richtig wachgeschüttelt werden. Danach hatte ich meine fünf Minuten. Immer wieder amüsant. Nachmittag sind wir dann wieder rausgegangen. Hier sieht es wie jetzt aus, wie wenn ich ein Ball hinterherjage. Ich kann halt nicht anders. Und Gassi sind wir natürlich auch noch gegangen. Abends haben wir dann gekuschelt. Aber natürlich nur gegen Bezahlung. Ich bin auch nicht blöd. Das war mein heutiger Tag. Der war sehr anstrengend, daher werde ich jetzt ins Bett gehen. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Tschüsseli. 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 Tschüsseli.